Wir sind hier in Barivare, in Winterthur, ich bin Iris. Wir haben den zweiten Laden aufgebaut, und da können wir unverpackt einkaufen. Wir sind mittlerweile ein Team von 13 Leuten, die hier arbeiten. Wir wohnen alle in Zwinti, eigentlich alle, die hier arbeiten, fast alle, mittlerweile haben wir auch auswärts. Wir haben ursprünglich den zweiten Laden aufgebaut, und wir leben beide schon lange hier und sind verwurzelt. Wir haben gefunden, dass wir in Zwinti einen unverpackten Laden und dann haben wir vor fünf Jahren den aufgemacht. Bei uns kannst du Lebensmittel und alles Mögliche an Reinigungsmitteln unverpackt einkaufen. Man kann sich alles selber nachfüllen. Es ist alles Bio, was man an Lebensmitteln bekommt, und Naturzertifiziert, was man an Naturkosmetik bekommt. Und wir haben immer wieder etwas Neues, also bei uns können wir auch neue Sachen entdecken, einfach alles im unverpackten Sektor. Wie fühlt man das? Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist ein kleines Geschenkspäckchen mit verschiedenen Naturkosmetik-Sachen, ein paar gesalzene Nüsse, und einfach Sachen zum Entdecken, die es bei uns im Angebot gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.